Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich flüstere. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, warum. 1, 2, 3, let's go! Ich werde heute wieder Asmea probieren. Fokussiere ich überhaupt? Madame, ich möchte, dass man mich bitte... Okay, fokussiere! Letztes Mal habe ich ein ASMR Ice Eating probiert. Und es ist schon echt relativ lang her, aber es kam für meine Verhältnisse echt gut an. Und da ich eh Bock darauf habe, irgendwie so ein lustiges ASMR zu machen, machen wir das jetzt einfach wieder. Let's start the tingles. Also das wird echt cringe. Und ich bin allein zu Hause. Und diese Geräusche machen mir Angst. Ich habe mein fremdes Fest mal angerichtet. Nachos, die ich mir eben bestellt hatte und ich auch gegessen habe. Dann Früchte und eine Karotte, weil die sehr knuspig ist. Da dachte ich mir so, wird schon schief gehen. Bevor wir nochmal anfangen, werde ich euch jetzt ein bisschen um meine Stimme gewöhnen. Fühlt sich das an wie eine Sommerbrise? Wir fangen an. Schmeckt gut. Ich persönlich hasse es ja, wenn Menschen schmatzen. Darher hoffe ich, dass ich in diesem Video nicht schmatzen werde. Und es tut mir sehr leid, wenn ich echt zu nah an der Kamera bin. Aber jetzt müsst ihr das ertragen. Do you like that sound? Ich hoffe, ihr werdet nicht neidisch. Die Menschen werden mich hassen für dieses Video. Ich denke mir, die ganze Zeit, was kann ich Lustiges in diesem Video erzählen. Aber ich bin gerade einfach nicht lustig. Also wenn ich für euch lustig bin, dann habt ihr keinen Humor. Okay, dann habt ihr doch 5 Minuten. Okay. Was war ich eigentlich? Ich habe keinen Plan. Hin und wieder ein kleines Tapping für euch. Auf dem iVolive. Weird Flex. Ich zum Beispiel höre gerne ASMR, wo die Menschen gar nicht reden. Also... Ja, mal gucken, wie das jetzt hier ankommt. Ich scratche ein bisschen hier. Ich fühle mich, als ob ich eine Karotte spreche. Ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr. Will das jemand haben? Ich habe schon genug davon gegessen, for real. Weiter geht's mit den gesunden Sachen. Und zwar habe ich mir eine Karotte geschnitten. Wir werden jetzt zusammen abbeißen. Genießt es. Das ist der erste Augenblick. Schmecken besser als Chinachos. Leute, ihr müsst immer sehr viel Karotten essen. Habe ich nie getan. Deswegen sind meine Augen jetzt so schleiße. Okay, doch. Ich habe eigentlich echt oft Karotten gegessen. Wenn ihr wüsstet, was gerade angegangen ist. Meine Schwester ist so ein Kandidat, der schmatzt. Und sagt sie immer, wenn man schmatzt, dann schmeckt es. Dann schmatzt bitte leise. Mir schmeckt das Essen auch. Trotzdem darfst du nicht schmatzen. Leute, machen wir weiter mit den Früchten. Wir haben jetzt noch hier Trauben und Johannesbeeren. Fangen wir an mit den Trauben. Ich habe gespritzt. Ich mag dieses Knacken. Ich mag das Geräusch, wenn sie abploppen von diesem Ding. Aber ist nicht sauer. Mehr von den Dingern kann ich mir jetzt irgendwie nicht geben. So, das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Cringe-ASMR-Eating. Ja. Was soll ich das so sagen? Ich liebe ASMR. Ich höre mir sehr gerne ASMR an. Aber halt wirklich, wenn die Menschen nicht reden. Do you like the tickles? Oh, I would give you some fresh tickles. Blablabla. Das geht mir bisher. Adi Vidiachi. Bis zum nächsten Video. Mal gucken, was ich im nächsten mache. Peace out. Du, 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 du. Du, du. Also, jetzt brauche ich noch ein Dumpnail. Das ist doof. Das klingt, das sieht jetzt doof aus. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018